Metal Leute, Servus und Herzlich Willkommen So, da wie Erzähler verdammt schnell auf den 100er Special zu gehen habe ich beschlossen, da mir Erzähler mehrmals gesagt wurde ich kenne mich mit Musik aus bzw. überwiegend mit Metal habe ich beschlossen, als 100er Special werde ich Erzähler mich mal richtig in die Entstehungsgeschichte des Metal rein arbeiten ich meine einen Großteil kenne ich ja selber schon weil man das einfach im Metal und Rock einfach mitbekommt aber ich werde höchstwahrscheinlich zuallererst mich in den Metal rein arbeiten also in die Entstehungsgeschichte des Heavy Metal des Metal und generell halt so dann werde ich versuchen die verschiedenen Genre-Zeiten aufzuschreiben also wann sich welches Genre entwickelt hat die werde ich mir versuchen alle nach und nach zusammen zu suchen ich werde es dieses Mal auch 100%ig alles nachprüfen und wenn es 50 mal im Internet steht, dass das 1985 war dann wird es auch 1985 sein und nicht 1982 also das sind 5 Jahre hin oder her sowieso immer so eine Geschichte so, ich werde mich also jetzt da hinsetzen und werde das Ganze jetzt in Angriff nehmen ich werde jetzt heute sowieso die Nacht mal durch machen weil ich morgen früh eigentlich um 8 Uhr schon wieder aufstehen müsste und der Zeller schon wieder 3 oder was ist weil ich einfach zu viel momentan zu arbeiten habe und ich ja eigentlich momentan muss 2-3 Stunden täglich schlafe so, leider ist mein Akku jetzt fast leer deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen Freut euch schon mal auf das 100 Abonnenten Special da wir jetzt schon 91 Abonnenten sind vielleicht sind wir mittlerweile mehr, ich weiß es nicht erstmal natürlich an jeden da draußen, der mich abonnieren will saugeil, vielen Dank dafür ansonsten könnt ihr gerne mal das Video favorisieren, liken und verteilen falls ihr jemanden kennt, der sich für die Entstehungsgeschichte des Metal interessiert das 100 Abonnenten Special wird die Entstehungsgeschichte des Heavy Metal sein allerdings werde ich da wahrscheinlich auch auf teilweise den Hardrock, den Rock und so weiter eingehen müssen da das einfach zusammenkört, beziehungsweise sich der Heavy Metal ja aus dem Rock, Hardrock entwickelt hat gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und mal schauen, vielleicht sind wir nächste Woche Montag ja sogar schon dabei mit dem 100 Abonnenten Special wer mich würde es freuen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal Leute